Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 1017. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es geht heute los mit Topografin aus Evigo, die letzte Gläubige. Zyklon erscheint. Vom Artwork her immer noch meine Lieblingskarte aus diesem Set. Kriegswolf vom Purpurmond, ein finsternes Zauberstein, dann haben wir Mecha-Fresser, Mecha-Amulett der Schwalben, eine Marvel Rare, sehr nice. Tsukihime, Mecha-Mondprinzessin, haben wir zwar jetzt leider nicht in Holo, aber es ist eine Marvel Rare, es ist eine seltene Karte, eine sehr seltene Karte. Ja, und die Holo-Karte ist jetzt hier wieder eine normale, natürlich eine Garfis-Ablehnung. Schönes Artwork. Ja, und dann haben wir nochmal 1000 Lebenspunkte im Querformat. Bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020